Also, ich kann es wirklich nicht glauben, dass ich das getan habe. Ja, ist aber egal. Ihr seht schon, bist du irgendwie komplett gebehindert? Hat dir jemand in den Gehirn geschissen? Nee, natürlich nicht alle. Aber nein, das war ja nur so, das war so ein Trick, so ein Trick, wisst ihr? Ich bin so runtergefallen und dann habe ich das Ausfassungen gedrückt. Aber bitte, ey, tut mir leid, aber ich kann es nicht, Alter. Die fünfte Nacht, man. Man muss einfach so machen und dann, ja, chill. Ich kann es anders nicht durchspielen, Alter. Ich kann es wirklich nicht anders durchspielen, Alter. Alter, ich bin so traurig, Mann. Ich bin, ich, ich konnte das nicht. Es ist so schwierig, Mann. Und wenn ihr jetzt so denkt... Nee, Mann, Alter. Wow, nee. Alter, das ist, das ist scheiße. Alter, ich... Das ist... Aber bitte, bitte seid noch cool, Alter. Alter, ich... Ach, Mann, Alter. Es tut mir leid, es ist... Alter, wieso schreien da jetzt alle rum, Alter? Da schreien gerade alle rum bei mir. Ich... Nein, Alter, ich kann nicht... Was ist das? Was ist doch Henry? Er, du bist so nervös. Das ist so nervös. Was ist wirklich... Er ist... Er, du bist so nervös. Aber er ist... Ich stehe... Er ist... Er ist... Ich stehe... Also, boah, was ist das jetzt hier? Hi, Kids. Also, ich bin voll scheiße, Mann. Das ist wirklich ein... Ich bin voll fett, Mann. Wisst ihr, ich bin... Das Spiel ist schwierig. Aber ich muss es ja noch irgendwie durchziehen, weil ich... Natürlich werde ich in FNAF 3 nicht so viel cheaten, weil das, glaube ich, gar nicht geht. Aber ich hoffe, dass ich auch irgendwie FNAF 3 durchspielen kann. Und dann... Ja, keine Ahnung. Ja, cool, danke. FNAF 2 bleibt immer noch das schwierigste Spiel auf der Welt. Aber jetzt bist du noch hier, Alter. Was bist du? Was ist das? New and shiny. Oh, fuck. Double-to-level. The... Might of 40s. Freddy's circus. Schild Siebte Nacht Eigentlich kann ich das alleine schaffen Aber wow, was ist das denn jetzt wieder? Da jetzt kommst du noch Alter, du Ja, Mann Eine indische Katze Okay, wow, ich bin voll fett, Alter Ich mach jetzt einfach das hier Chill, chill Ich bin wirklich so ein Fettsack Der einfach nix kann, Alter Aber sonst, hey, chill Wir haben dich noch Ich kann nicht mehr, Mann Echt? Wait, now get out Okay, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video oder eigentlich, was war es für ein kurze Video nicht gefallen, weil ich voll scheiße bin, aber ich kann das spüren nicht. Aber, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Five Nights Half Shit Ich bin wirklich so ein Fettsack, Entschuldigung, was war es für euch, was war es für euch? Bis zum nächsten Mal.